von der sonne herzlich willkommen zu einem neuen video es gibt heute ein loadout und zwar habt ihr schon habt ihr es ja schon im letzten video gesehen ich bin momentan kao mp7 und es bockt einfach nur es ist ultra geile schallert rein wir nehmen natürlich kred mit dem overkill mit eifrig wir nehmen eine semtex mit heartbeat und jetzt geht es eben los wie schön schöne monolith schalldämpfer den längsten lauf taktischer laser zielfernrohr und den zv geschwindigkeits schafft passend dazu haben wir eine schöne mp7 mit monolith längster schafft tag laser kommando vordergriff und 60 schuss magazin viel spaß beim video schreibt eure meinung immer gerne in die kommentare und wenn euch das video gefällt lasst gerne like da und ich würde mich freuen wenn mein kanal ganz kostenlos abonniert ja tschüss ich hoffe hinter mir ist keine car wo die korn fast gefällt wieder klassiker man kennt von mir hätte ich durchmachen können hätte ich gefühlt echt gefühlt hätte ich durchmachen können vielen dank für den resub vielen dank für den support kurz geht raus die helmbombe war für dich vielen dank dickes fettes herzen willkommen an dich und vielen vielen dank go leute geiles ding schmeckt schmeckt einfach zu gut dieses game und die car die schmeckt hat auch sehr gut wir sind auf der jagd freunde wir sind auf der jagd ja schön mit der pam rumlaufen nice schlau schlauer mensch x oder k was besser unterschiedlich das eine sind die amade sagen das sniper allein schon von der range im nahkampf ist die car besser fernkampf finde ich die aix deutlich besser na der hinter mir noch ärgerlich hinter mir also abgesehen davon dass ich daneben geschossen habe dass das ist alles in ordnung das ist wirklich erst in ordnung aber der hinter mir hat mich natürlich auch noch komplett zerfetzt crown das geht dir gar nicht mehr für die witz das ist natürlich ärgerlich da mit der karte ich wahrscheinlich noch mehr impact gehabt als mit der scheiße wie 7er gerade ja jetzt neid weil ich jetzt full of push gehen ach guck mal der loot ist sogar weg geil freut mich viel dank mr loot oh mein gott ja was der typ hat mindestens so hart gefällt wie ich eben die karte hat noch nachgeladen ich war auf seinem kopf digger aber die k war noch nicht nachgeladen digger und ne millisekunde später ist er tot let's digger was eine runde was eine runde zu viel pech dabei einfach zu viel pech in allem und jetzt geht es weiter ich mache zwei geile kills weißt du und habe wieder die aufnahme natürlich nicht ich weiß nicht warum ich es heute nicht gebacken kriege irgendwas ist heute los dass ich es nicht gebacken kriege die aufnahme an zu haben ganze zeit man lecker zu krasses film wurde wir waren zwischenzeitlich einfach 1400 zuschauer das ist heftig was sagt uns das samstags nicht mehr trinken nie wieder weg gehen damit man sonntag schön um zwölf uhr fit ist und eskalieren kann im stream zählst mir doch nicht also ich erzählen dass das keine headshot war das kannst du nicht erzählen dass das kein headshot war bruder zielgebiet markiert und schön glück jungs warum keiner x die k ist lecker die k ist einfach nur lecker es geht allgemein um die veränderung es geht um die all wo der typ ist tot er kommt nicht mehr hoch kuxian bro er ist da unten stadt die zone endet hat einfach bei mir das ding ist leute mit zehn kills will ich halt nicht gewinnen mann gut ich werde mit zehn kills denke ich mal gewinnen aber ist allgemein schade dass es nur ein 10 kill win wird ich hätte auch ich hätte auch oben bleiben können ich hätte auch oben bleiben können und die zone arbeit machen lassen aber das verlägen stell dir vor er wäre doch oben gewesen nein karamba bro nein karamba du süd du